ja ja wie man vielleicht sieht ich habe schon ein bisschen höheres level und hier wollte ich sagen hier gibt es immer so kleine zwischenmissionen fahre schnell und bleib auf der straße als sowas oder dass man so ausweichen muss also mal rechts und links oder so tafel zertrümmern muss oder